Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute gucken wir uns nochmal eine geile Partie an und zwar die vierte und eigentlich offiziell letzte Partie des Finals der Panda-WM. Raphael Karlsson gegen den SFA-Kids und wir haben eine besondere Situation. Der Raphael liegt hier als Weißer mit einem Punkt hinten. Es ist die letzte Partie. Er muss, er muss diese Partie gewinnen, um in die Verlängerung zu kommen. Und das ist natürlich eine besondere Drucksituation und wir schauen uns mal an, was der Raphael daraus gemacht hat. Viel Spaß damit. Also, vierte und letzte Partie des Finals. Auf geht's. E4, E5, Springer F3. Wir bekommen Russisch. Und ja, der normale Zug ist jetzt natürlich Springer F3. Aber wer Raphael kennt, er weiß, er ist mutig. Raphael ist ein Angriffsspieler. Raphael opfert gerne auch mal was. Und das ist natürlich jetzt die perfekte Situation. Man muss gewinnen. Und deswegen spielt Raphael hier das nicht ganz korrekte Cochaine Gambit, wo man seinen Springer opfert. Aber es ist brandgefährlich. Und auch hier ist es eigentlich wieder genau eine Situation, die man möchte als Weißer. Genauso eine unklare Stellung mit Chancen. Auf beiden Seiten möchte man. Man hat eine FU, opfert der König, ist offen. Man muss gewinnen. Perfekt. Kann natürlich nach hinten losgehen, aber besser als einfach eine Partie, wo einfach nur Figuren getauscht werden, man ins Endspiel geht und es geht am Ende Remie aus. Dann lieber mit wehenden Fahnen untergehen. Und dieses Entscheidende ist jetzt, man deckt halt den nicht, sondern spielt D4. Der Springer nach E4, der geht hier nicht gut. Dann kommt Dame H5 und nach, Schwarz wird jetzt aufpassen müssen, nach sowas geht er natürlich nicht nach da, sondern hier geht dieser Springer verloren. Und auch nach dem geht dann die Dame einfach zurück. Und auch jetzt geht der Springer verloren. Deswegen spielt man hier Läufer E7. Jetzt kommt das Läuferschach. Und ja, ihr seid jetzt dran. Was denkt ihr, ist der beste schwarze Zug? Haltet das Video an und sucht mal den besten schwarzen Zug. Ich verrate es euch. In so einer Stellung, ganz typisch, man muss hier diesen Läufer irgendwie den Wind aus dem Segel nehmen. D5. Wenn jetzt hier der Läufer nimmt, natürlich, dann tauscht man, hat einen wichtigen Angreifer entfernt. Das ist nicht die Lösung. Also muss Weiß so wieder nehmen. Und jetzt kann man zum Beispiel einfach sagen, okay, das ist so gefährlich, dieser Abzug. Ich spiele jetzt einfach Läufer D6. Ich habe zwar einen Bauern geopfert, aber dafür steht mein König jetzt relativ sicher, weil dieser Läufer nicht mehr nervt. Durch diesen D5 ist er abgemeldet. Und das wäre ein sehr sinnvolles Bauernopfer gewesen, um da eine Menge Druck rauszunehmen. Schwarz spielt das erste Läufer E6, kann man auch machen. Weiß spielt D5, vertreibt den Läufer. Läufer G4 greift die Dame an, also F3. Und jetzt seid ihr wieder dran. Weiß am Zug. Es gibt nur einen sinnvollen Zug hier. Versucht ihn zu finden. Ihr müsst, ich verrate es euch, also ihr müsst euch hier halt auch mal in das Mindset jetzt versetzen. Letzte Partie, wir müssen gewinnen, wir haben eine Figur geopfert. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ach hier ein Springer C3, Läufer E3. Das kann man machen, wenn man nicht gewinnen muss, oder auch wenn man das eine normale Stellung ist, wenn man keine Figur geopfert hat. Dann kann man das machen. Aber hier muss man Action machen, hier muss man Angriff suchen. Und man hat ja immer diese Idee mit diesem Läufer, der ist jetzt auch totgestellt durch diesen D5. Wir müssen den irgendwie aktivieren und deswegen jetzt ganz logisch E5. Sollte Schwarz hier nehmen, gibt es halt dieses Schach. Selbst das könnte Schwarz sich erlauben, weil er eine Figur mehr hat. Dann geht es eben so und so und so. Und dann tauscht man hier noch die Damen zum Beispiel. Und Schwarz ist fein, also es ist eine ausliegende Stellung. Selbst das könnte sich Schwarz erlauben. Wäre vielleicht praktisch auch gar nicht so eine blöde Idee gewesen, den zu nehmen. Stattdessen spielt jetzt Schwarzspringer E8. Und das ist einfach zu passiv. Erklammert sich hier in das Material. Hier wäre jetzt auch aus turniertaktischer Sicht ein guter Moment gewesen. Entweder so oder zum Beispiel auch sowas wie Tormi 8 und jetzt einfach so die Figur wieder zu geben. Der Läufer ist abgemeldet und weiß hat zwar einen Bauernmeer, aber man steht als Schwarzherr jetzt besser entwickelt und hat hier wenig Probleme. Und wie gesagt, auch gerade aus der Sicht, dass man auch einem ein Remis reicht und weiß unbedingt gewinnen muss. Hätte das sehr viel Sinn gemacht. So kann jetzt weiß E6 spielen und ja, jetzt seid ihr mal dran, um die nächsten Züge von Raphael zu finden. Wie hat Raphael so weitergemacht? Was waren seine nächsten beiden Züge? Haltet das Video gerne wieder an. Ich verrate es euch. Wir müssen irgendwie diese Bauern noch unterstützen. Wenn mal zu E6 kommt, irgendwann könnten die mal schwach werden. Und wir brauchen natürlich, auch wenn Schwarz da ziemlich auf Matsch steht, brauchen wir noch irgendwie was, um das weiter zu öffnen. Und wir brauchen den F-Bauern. Irgendwann muss der F-Bauer bis nach F6 vor, nach der Rochade irgendwie die Linien öffnen, damit wir den richtig den Gar ausmachen. Und deswegen jetzt F4, Springer F6 und F5. Jetzt haben wir diesen E6 völlig gefestigt. Schwarz steht völlig hinten drin, kommt nicht raus mit seinen Figuren. Hat zwar eine Figur mehr, aber was will er mit dieser Figur? Das ist im Prinzip gerade, hat er eher was weniger, so wie seine Figuren stehen. Springer A6, Springer C3, Springer C5, kurze Rochade. Er hat zwar seinen Springer entwickelt, aber er kommt halt nicht wirklich weiter. Schwarz hat keine richtigen Angriffsziele. Es ist auch schwierig, die Stellung. Irgendwann muss man vielleicht mal C6 spielen, um ein bisschen das Zentrum anzuknabbern. Aber die Stellung bleibt weiter schwierig. Und der Computer sagt auch schon, dass diese Stellung schon verloren ist hierfür. Also die Stellung ist schon klar besser für Weiß, trotz der Figur weniger. Springer E4, tauscht eine Figur ab, aber gibt halt Weiß auch nochmal ein Tempo, um sich weiter zu entwickeln. Springer geht zurück und jetzt seid ihr dran. Wie machen wir weiter als Weißer? Wir haben uns jetzt fast fertig entwickelt. Jetzt wird Zeit, den Angriff nochmal ein bisschen wieder zu beschleunigen. Also, wir müssen irgendwas tun. Unsere Bauern stehen zwar gut und aktiv, aber wir kommen nicht weiter. Wir brauchen noch mehr. Deswegen jetzt ganz klar G4. Mit der Idee G5, F6, sofort hier aufhebeln. Alles für die offenen Linien und Diagonalen tun, um diesem König, der da jetzt gerade gefühlt sicher steht, doch mal ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen. B6 und das ist halt auch zu langsam von Schwarz. Hier muss Schwarz was tun. Er muss wahrscheinlich H6 spielen, um das erstmal zu verhindern. Oder mal B5 irgendwie hier aktiv werden. Und dann Turm B8 und irgendwie müssen seine Figuren aktivieren. Aber B6 ist einfach sehr langsam. G5, Springer E8, da war er schon mal. Da geht er schon wieder zurück. Und jetzt kommt einfach Dame H5 und ihr seht schon, das ist jetzt schon Game Over. Turm hier, Dame hier, Dame F7, Matt, Rot, einziger Zug, G6. Und jetzt hat Raffel ein bisschen den längeren Weg genommen mit Dame H6. Ein bisschen schneller ist natürlich hier dieses Schach. Auf den kommt Turm F7 Schach. Deswegen geht der König nach da. Ihr seid dran, haltet das Video an und findet mal den schnellsten Weg zum Matt. Weiß sitzt Matt. Vier Züge. Im besten Falle. Versucht mal den besten Weg zu finden. Ich verrate es euch. Wir müssen unbedingt Dame, also der Zug, nimmt der Turm hier. Und Schwarz hat dann genug Verteidiger hier. Wir müssen, wir bringen vor allem den Turm ins Spiel. Das wollen wir nicht. Wir müssen unbedingt Dame F7, das ist unser Mattzug. Und da das unser Mattzug ist, ist es halt die Lösung G7. Jetzt kann Schwarz hier nochmal den Läufer opfern. Jetzt kann er noch H6 spielen, um sich ein Luftloch zu machen. Und jetzt holen wir uns hier eine Dame. Schönes Doppelschach. Das wäre jetzt diese Vier-Züge-Lösung. Genau, das wäre jetzt das schnellste gewesen. Raffel spielt stattdessen den. Spielt dann F6. Schwarz opfert jetzt hier. Und ihr seid wieder dran. Weiß am Zug. Wie macht man weiter? Wie garantiert man, dass der Angriff weitergeht? Auch hier gibt es zwar mehrere gute Züge, aber nur eine ganz klare Lösung. Damit könnt ihr mal ein bisschen euer Angriffsintuition testen. Ganz klar, dieser Läufer muss weg. Der ist stark, der deckt hier alles. Deswegen knallt hier der Turm rein und der nächste kommt nach. Was kommt jetzt auf den? Auf den würde man jetzt einfach Turm F7 spielen. Und Schwarz hat große Probleme. Die Dame hängt und wenn sie hier tauscht, nimmt man den wieder. Und ihr seht, hier droht schon wieder überall Matt. Also muss Schwarz irgendwas machen, muss seinen Läufer wegziehen. Und der Computer sagt zum Beispiel, der schnellste Matt ist jetzt sowas wie den Turm wegziehen. Und danach einfach E7 spielen und dann auf F8 Matt setzen. Also zum Beispiel so. Einfach E7 spielen und dann auf F8 Matt setzen. Ganz einfacher Plan. Und ihr seht, dieser König, er ist einfach völlig eingesperrt. Und Schwarz hat einen Turm weniger. Schwarz hat diesen ganzen Turm weniger. Schwarz spielt ja dessen den. Es kommt erstmal Läufer D4. Turm F7 hätte man auch spielen können. Geht alles. Läufer B7. Jetzt kommt Turm F7. Dame G7 Schach. Nimmt hier ein bisschen schneller, wäre Läufer F6 gewesen, weil es sofort Matt wird. Aber gut, wer nimmt schon nicht ein Tor mit Schach mit? Schach, 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 Schach. Matt. Wow. Was eine Partie vom Raffel. Also er hat, was waren die entscheidenden Momente? Es war eigentlich gleich der psychologische Start. Start, ja. Er haut schon im vierten Zug, knallt er seinen Springer rein und guckt mal im Schnelldurchgang nochmal. Sieht man schön, wie aktiv er spielt. E5. Zack. F4. F5. Alle Figuren erstmal entwickeln. G4. G5. Dame H5. Und um. Ja. Es war eine super konsequente Angriffspartie. Und das beeindruckt und hat mich imponiert. Und davon könnt ihr auf jeden Fall lernen oder euch ein Stückchen abschneiden. Wenn ihr mal ein bisschen Angriffsschach spielt, versucht Konsequenzen zu spielen. Ihr habt gesehen, Weiß hat gar keine Zeit verloren. Jeder Zug war eigentlich entweder ein Entwicklungssug oder ein Angriffssug. Und ihr habt gesehen, was für eine schöne Partie bei rauskommt. Ein bisschen Taktik braucht man natürlich, ja. Ganz selten kommt man mit einer Angriffspartie durch ohne Taktik. Deswegen immer schön Taktiktraining machen. Aber wenn ihr ein bisschen aktiv seid und euch traut, auch mal was zu opfern und so. Dann werden euch auch irgendwann mal solche Partien gelingen. Bin ich mir sicher. Schön, dass ihr dabei wart. Das war natürlich jetzt die Partie zum 2 zu 2. Das heißt, es stand unentschieden. Und wir werden uns in den nächsten Videos mit den Blitzpartien beschäftigen. Denn es gab Stechen, ja. 2 zu 2. Kein Sieger. Ab in den Blitzkampf. Und schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos auch dabei. Lasst gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.